Herzlich Willkommen zu einer neuen Stunde des Themas Christus und sein Gesetz. Heute wollen wir uns beschäftigen mit den Zehn Geboten, wie sie Jesus in der Bergpredigt uns erklärt, wenn man so will, sie in ihrer Tiefe uns bewusst macht. Nicht, dass dies das erste Mal wäre, dass er das getan hätte. Auch im Alten Testament finden wir diese Erklärungen gegeben. Aber hier kommt Christus und will in einer Zeit der völligen Dunkelheit, wo sein Gesetz so missdeutet, so auf der einen Seite oberflächlich, auf der anderen Seite eng und leblos dargestellt wurde. Hier bringt er es in der, man könnte sagen, nicht wichtigsten Ansprache, weil halt alle Ansprachen von ihm waren wichtig, sondern in der Ansprache, wo er das Königreich Gottes bringt, in der Ansprache, wo er die Jünger, nachdem er sie eingesegnet hat, ihnen sagt, welches der Weg zum Himmelreich ist. Hier fasst er die Dinge schön zusammen in einer Tiefe, die wir nicht nur hier studieren werden, sondern auch in aller Ewigkeit. So Christus und das Gesetz in der Bergpredigt. Als Christus auf der Erde lebte, da hatte er nicht den besten Ruf als Gesetzeshalter. So man sagte über ihn, man beschuldigte ihn, dass er das Gesetz brechen würde. Und deshalb ist er ganz am Anfang dieser Bergpredigt, erklärt er in Kapitel 5, Abvers 17, Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. So, hier antizipiert Christus schon das, was nicht nur die Juden, aber auch die spätere Christenheit tun wird. Nämlich zu meinen, dass Christus gekommen ist, das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Es ist erstaunlich, wie trotz dieser klaren Aussage aus dem Munde unseres Heilandes die meisten Christen, die diesen Namen in ihren Mund nehmen, meinen, dass Christus gekommen sei, das Gesetz auf die Seite zu tun. Es ist verwunderlich, ist es nicht? So klare Worte, dass bis das alles geschehe, bis das Himmel und Erde steht, bis das Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen soll. So, wenn das stimmt, dann warum denken die Christen heute, dass Christus gekommen ist, das Gesetz zur Seite zu tun? Die Juden hatten schon diese Ansicht, weil er nicht mit ihren Traditionen und mit den Zusätzen in Einklang lebte. Aber warum tun es heute die Christen? Was ist denn so schwierig am Gesetz, dass man nach Möglichkeit es auf die Seite tun möchte? Was ist das, was im Gesetz so attraktiv ist auf der einen Seite und hilfreich und warum muss man dagegen ankämpfen? Und ich denke, wenn wir verstehen, dass das Gesetz Weisheit gibt. Die Bibel sagt, der Salomon sagt, die Furcht des Herrn ist der Weisheit einfangen. Und die Furcht des Herrn ist die Erkenntnis des Gesetzes. Und wenn wir lesen in Sprüche 7 und 8, dass die Weisheit, alle Wege der Weisheit sind Gerechtigkeit, dann versteht man, warum der Feind dieses Gesetz Gottes nach Möglichkeit in eine Ecke schieben möchte, damit der Mensch nicht vorwärts kommt, damit er engstirnig in Unkenntnis, in Dunkelheit verbleibt. das Gesetz bringt Erkenntnis. Und jeder, der es zur Seite legt oder der meint, es hat keine Gültigkeit mehr, der macht sich einen großen Missfallen. Weil dadurch verliert er die Orientierung seines Geistes. Er verliert das, was sein Geist absolut braucht, um in den Alltagsdingen des Lebens fähig zu sein, zu bestehen. So, wir haben in den letzten Stunden ja schon gesehen, dass Gott durch sein Gesetz wirkt, dass im Gesetz Gott seine Kraft hineintut, damit er die Dinge in diesem ganzen Universum in Funktion hält. Und wir haben gesehen, dass wir als Menschen eine Aufgabe bekommen haben, ähnlich zu funktionieren. Das heißt, wir sind nicht Roboter, sondern wir müssen von uns selbst aufgrund der Gesetze agieren und funktionieren und das in einem bewussten Zustand. Deshalb ist es für den Menschen äußerst wichtig, dass er in seinem Geiste, im Inneren seines Herzens geschrieben hat die Grundsätze. die Gesetze, die Gesetze, die das Leben steuern. Wir haben gesehen in der letzten Stunde, dass der Mensch äußerlich ein Gesetz vorgeben kann zu halten, während er innerlich weit entfernt davon ist. das ist so ähnlich wie ein Baum, der nach außen scheint, dass er noch lebt, aber innerlich fehlt ihm die Lebenskraft. deshalb möchte Jesus seinen Jüngern, die am Anfang stehen, etwas in ihr Herz schreiben. Ich möchte es wiederum in einem Bild malen, weil das ist immer einfacher zu verstehen. Ich versuche ja immer den Geist irgendwie zu malen und hier in unserem Geiste brauchen wir, wir haben ja gesehen, wir haben eine Tür und diese Tür sind wir, wie wir sie öffnen und alle Informationen, die hier reinkommt, muss gemessen werden an einer Richtschnur und diese Richtschnur, nachdem wir messen, kann nur das Gesetz sein und so möchte Christus, dass wir hier Bausteine haben, die klar aufgestellt sind, nachdem wir die Informationen, auf die wir Antworten richten. Und in seiner Erklärung gegenüber den Jüngern sagt er, eure Gerechtigkeit muss die Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten übersteigen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten nicht in ihrem Geist das Gesetz geschrieben. Sie lebten nach Außen. Der Außenbereich war für sie der, auf den sie achteten. Aber innen drin, auf ihre Gedanken, auf ihre inneres Leben hatten sie kaum Acht. Sie waren bemüht, außenhalb das Gesetz nach den Buchstaben zu erfüllen. Und natürlich vieles mehr dazu tun, damit sie es noch besser tun, wie Gott es gesagt hatte. Aber innerlich hatten sie ein anderes Leben. Und jetzt kommt Jesus und sagt, das Gesetz Gottes muss von innen nach außen kommen. Und versucht jetzt in einem Vergleich zu erklären, was die Gerechtigkeit der Pharisäer ist und was die Gerechtigkeit der Jünger sein muss. Wir lesen vielleicht den Text nochmal, Matthäus 5, Vers 20, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Und das ist eine klare Aussage. Völlig klar, wenn die Gerechtigkeit der Jünger, die Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten nicht übertrifft, dann kommen sie nicht ins Reich Gottes. Deshalb müssen wir verstehen, was ist denn Gerechtigkeit? In Römer Kapitel 2 wird uns das beschrieben, aber nicht nur dort, aber dort steht es sehr schön. Kapitel 2 Vers 13 Denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören. Sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Und in Johannes, in den Johannesbriefen, da schreibt der Johannes in seinem ersten Brief, der, der gerecht tut, der ist gerecht. Das heißt, der die Gerechtigkeit tut. Die Gerechtigkeit ist also etwas, was der Mensch tut. Und sein Tun muss gerecht sein, wenn man so will, und es misst sich an dem Gesetz. Wer das Gesetz tut, der ist gerecht. Das heißt, wer das Gesetz erfüllt. Und jetzt sagt Jesus, ihr, als meine Jünger, sollt das Gesetz erfüllen. Ihr sollt es tun. Und eure Gerechtigkeit muss die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertreffen. Und dieser Vergleich war für Christus wichtig, weil die Schriftgelehrten und Pharisäer waren ja die, die alle hinguckt und sagen, das ist das Vorbild eines Gerechten. Und Jesus sagt, nein, nein, so habt ihr keine Chance, null Chance, in den Himmel zu kommen. Das Reich Gottes bleibt einem Schriftgelehrten und Pharisäer mit dessen Gerechtigkeit verschlossen. So, was ist jetzt tun, das, was Christus erwartet von seinen Jüngern, damit sie mehr Gerechtigkeit haben, wie die Schriftgelehrten und Pharisäer? Möchte ich wiederum versuchen, zunächst in einem Bild zu zeigen. Bis das hier ist die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten Schriftgelehrten und Pharisäer. Diese Gerechtigkeit, wenn wir sehen, bestand in irgendwelchen Taten und Jesus sagt, eure Gerechtigkeit muss die der Schriftgelehrten und Pharisäern bei weitem übersteigen. Das soll die Gerechtigkeit sein der Jünger. So, die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer soll von den Jüngern bei weitem übersteigen. Diese Gerechtigkeit der Pharisäer und die Gerechtigkeit der Jünger, worin unterscheiden sie sich in der Essenz? Was ist der Unterschied? Worin muss der Jünger mehr tun können wie der Schriftgelehrte und Pharisäer? Und auch das finden wir dann in den nächsten Texten beschrieben. Er hat gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt Dunar, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. So, hier sagt er, es ist gesagt worden, du sollst nicht töten. Ist es menschlich möglich, in unserem sündigen, in unserer sündigen Natur, das heißt, in unserer gefallenen Natur, ist es uns Menschen möglich, nicht zu töten. Oder nicht. Und ich denke, jeder Mensch kann sich enthalten, einen anderen Menschen umzubringen. Dafür braucht er die Gnade Christi in seinem Inneren nicht. Dafür reicht die Gnade, die Gott außerhalb des Menschen hat, die diese Menschheit irgendwo in Zügen hält. Aber er braucht nicht das Innenleben des Heiligen Geistes, um das zu erfüllen. Die meisten Menschen, die hier auf der Erde gelebt haben, werden niemanden umgebracht haben. Aber das macht sie nicht fähig, dass sie in Himmel kommen. Aber die meisten Menschen, die auf dieser Erde je gelebt haben, wenn nicht alle, haben sich irgendwann mal über ihren Bruder, ihre Schwester, über irgendeinen Menschen ertürnt und haben dadurch das Gesetz gebrochen. So Jesus sagt, ihr, meine Jünger, ihr müsst in der Lage sein, damit ihr das Gebot erfüllt. dass ich gekommen bin, euch klar zu machen und euch ein Vorbild davon zu geben in einem Leben, nicht in einem Wort, nicht in der Theorie, sondern im lebendigen Zustand. Ihr müsst fähig sein, mit eurem Bruder nie zu zürnen, nie ein anschuldigendes Wort zu sagen. sondern immer in dem Zustand zu sein, der dem Bruder lieb hat, ihm freundlich begegnet und ihn nicht anschuldigt. Das ist etwas, was kein Mensch kann, ohne die innewohnende Gnade Gottes durch den Heiligen Geist in seinem Herzen. Das kann kein Mensch. Kein Mensch kann von sich aus in seinem Innersten nicht zürnen über das, was ein anderer tut, ohne dass der Heilige Geist in ihm wohnt. So in der Essenz zusammengefasst ist der Unterschied zwischen der Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten und der Gerechtigkeit der Jünger ein einfacher. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten eine Gerechtigkeit, die menschlich möglich war, ohne die innenwohnende Kraft Gottes im Herzen. Das heißt, die Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten war die menschlich mögliche. Die Gerechtigkeit der Jünger war die menschlich Unmögliche. Aber sie musste von Menschen dargebracht werden. Also brauchten sie in ihrem innersten Herzen die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes durch den Heiligen Geist durch Ohne die niemand das Gesetz erfüllen kann und ohne die auch niemand in Himmel kommen kann. Weil das ist ja das, was das Problem ausmacht. Der Mensch getrennt von Gott hat nicht mehr die Fähigkeit aus Gott zu leben. Die Versöhnung mit Gott führt dazu, dass der Mensch sich wieder mit Gott vereint, damit er wieder in der Lage ist, das Gesetz Gottes zu erfüllen. Nicht nach dem äußeren Buchstaben, das kann auch ein Pharisäer und Schiff Gehrer, das kann jeder Mensch. Ein ordentliches Leben konnte der reiche Jüngling führen. Er konnte nach den Buchstaben des Gesetzes die zehn Gebote erfüllen. Aber er war nicht fähig, sie im Geiste, das heißt, von innen heraus zu tun. Als er gefordert war, alles zu verkaufen, um einen Schatz im Himmel zu haben. Als er gefordert war, das Gesetz Gottes in der Realität zu erfüllen, das heißt, von seinem stolzen Egoismus weg, erkennen, dass er die Mittel, die ihm Gott gegeben hatte, gegeben waren, damit er anderen Menschen den Segen bringt. da verschloss sich sein Herz und er blieb auf seinem eigenen Gut sitzen. Er hatte eine menschlich mögliche Gerechtigkeit, aber die war zu wenig, um ihn in den Himmel bringen zu können. Er brauchte eine Gerechtigkeit und der Schritt, Jesus zu gehorchen, hätte ihn noch nicht zu einem gerechten Menschen plötzlich gemacht, aber sie hätte ihn in die Neugeburt gebracht, wo er dann den Prozess begonnen hätte, von innen heraus umgewandelt zu werden. Er, der reiche Jüngling und Nicodemus und die anderen, die nach außen hin ein, man könnte sagen, makelloses Leben führten, hatten dennoch in ihrem Inneren die Kraft Gottes nicht, weil sie waren nicht neugeborene Wesen. Sie taten, die Taten wie ein Mensch tun kann aufgrund eigener Anstrengung unter dem Mantel der Gott auf diese Welt gegeben hat der Gnade aber nicht unter der notwendigen Neugeburt dass der Geist Gottes im Herzen das Gesetz geschrieben hätte so wie können wir den Unterschied erkennen wie können wir in der Lage sein dass wir uns nicht selbst betrügen wie der Nicodemus wie der reiche Jüngling und wie viele andere die nach außen doch überzeugt sind sie erfüllen das Gesetz die nach außen den Buchstaben mit äußerster Genauigkeit betrachten wie können wir uns nicht täuschen ob es von innen kommt oder ob es nur eine äußere Mantel ist menschlich möglich das was ein Mensch tun kann aus sich selbst unter diesen Umständen hier auf dieser Welt die Gott gegeben hat ohne den Geist Gottes in seinem Herzen das ist eine Gerechtigkeit die uns nicht in Himmel bringen wird und in Himmel bringen kann weil es nicht etwas ist das die Fähigkeit des Menschen übersteigt es zu tun so wenn Jesus sagt seinen Jüngern ihr müsst gerechter sein als die Pharisäer und Schiff Gelehrten und ihr müsst es bei weitem übertreffen sagt er ihnen ihr müsst fähig sein das zu tun was menschlich ohne den Geist Gottes nicht möglich ist diese Gerechtigkeit ist die einzige die euch in den Himmel bringen wird ist es möglich für uns Menschen dass wir dieses Gesetz verstehen mit unserem Verstand und dann durch unsere Taten versuchen umzusetzen aber in unserem Herzen dennoch leer sind das beweist der Test deshalb wird uns Gott nicht fragen nach unseren Erkenntnissen sondern nach unserer Fähigkeit etwas zu tun wisst ihr wenn die Lösung des Menschen eine reine theoretische wäre dann hätte Christus nicht kommen müssen auf diese Welt um uns den Charakter des Vaters auf der einen Seite zu offen waren und die Gerechtigkeit die ein Mensch haben muss um ins Himmelreich zu kommen auf der anderen Seite so diese beiden Aufgaben kam er zu erfüllen er hätte uns nur ein Buch geschickt und gesagt macht alles nach den Anleitungen im Buch er hätte nie gewusst was es bedeutet gerecht zu sein wird nie bewusst gewusst was die Liebe tatsächlich ist weil wir hätten uns nach den Buchstaben gerichtet und hätten kein Vorbild gehabt von dem was Gerechtigkeit tatsächlich ist ich habe ein Zitat hier aus dem Buch Gedanken vom Berg der Seligpreisung oder Leben in Fülle auch immer die heutigen Übersetzungen das Übersetzen und hier auf Seite 81 unter diesem Abschnitt der sagt dass du dass wir nicht zürnen sollen mit unserem Bruder steht geschrieben selbst Christus da er mit dem Teufel stritt und mit ihm redete über den Leichnam Mose wagte er das Urteil der Lästerung nicht zu fällen hätte er es getan so würde er sich dem Satan gleich gestellt haben denn Beschuldigungen ist die Waffe des Bösen er wird in der Schrift der Verkläger unserer Brüder genannt Jesus aber wollte des Teufels Waffen nicht gebrauchen sondern sprach der Herr strafe dich dies sollte uns zum Vorbild dienen wenn wir mit den Feinden Jesu in Streit geraten sollten wir nicht Gleiches mit Gleichem vergelten oder irgendetwas sagen das auch nur den Schein einer Anklage hat oder etwas sagen das nur den Schein einer Anklage hat wer als ein Wortführer Gottes dasteht sollte sich nicht solcher Worte bedienen die nicht einmal die Majestät des Himmels gebrauchte als sie mit Satan stritt wir sollen das richten und verdammen Gott überlassen so hier kommen wir jetzt zu der Praxis Christus hat uns ein Leben vorgelebt sein Vorbild das der Judas hier zitiert noch als er nicht Mensch war auf Erden sondern als er um den Leichnam des Moses stritt zeigt uns deutlich dass er nicht eine Waffe benutzt die Satan benutzt Satan benutzt das Anklagen das Anschuldigen das Beschuldigen all das ist aus der Wurzel des Bösen und Christus weist nur ihn darauf hin der Herr ist der Richter er mag mögt dich für das was du tust strafen so er hat es nicht gewagt ein Wort der Anschuldigung zu sagen dasselbe erfahren wir als Jesus auf dieser Erde ist er sieht die Not des Menschen er sieht wie übel sie sind und dennoch finden wir nicht dass er irgendeinen einzigen Menschen anklagt oder beschuldigt er klagt etwas an er klagt einen Zustand an er klagt ein ein heuchlerisches Getue mancher Menschen Gruppen an aber er klagt keinen einzigen als Person an als die Situation mit der Frau die im Ehebruch ergriffen war kommt und er in der Zange sozusagen steht so schreibt er nur in den Sand und jeder erkennt in dem Sand seine eigene Sünde und jeder entfernt sich und erkennt dass er genauso schlimm ist wie diese Frau und als alle weg sind und Jesus niemanden angeschuldigt hat sagte hat dich niemand verdammt ich verdamme dich auch nicht gehe hin und sündige nicht mehr so anklagen zornig sein über seinen Bruder ist nicht in in dem charakter in dem eines christen zu finden ich meine in einem ausgereiften christen in einem ausgereiften christen ist ist jeder Wort der Anklage das ja letztendlich aus Zorn kommt gegenüber deinem Bruder und deinem Nächsten nicht mehr vorhanden weil in seinem Herzen er etwas verstanden hat das so entscheidend ist warum sagt Jesus erwartet das Gesetz von uns und die Gerechtigkeit die vor Gott gilt dass wir mit unserem Bruder nicht zürnen dürfen warum dürfen wir nicht zürnen wenn wir gerecht sein wollen mit unserem Bruder es ganz einfach der Zorn über den Bruder ist eine Gewalt Tat der Zorn ist der Ausdruck der Unfähigkeit über ihn zu bestimmen aber er würde es gerne tun der Zorn beweist dass ich der Beherrscher meines Bruders bin und damit beweist der Zorn dass in meinem Geist nicht das Gesetz Gottes steht sondern das Gesetz des Teufels des Beherrschens das Gesetz Gottes im Herzen du sollst nicht töten sagt eine klares ein klarer Grundsatz im Charakter Gottes gibt es keine Gewalt kein Zwang das Gute zu tun Unser Zorn geht ja gegen das was nicht gut ist und wir wollen den anderen zwingen das Gute zu tun aber wenn wir das tun wollen offenbaren wir dass das Gesetz Gottes noch nicht geschrieben ist an dieser Stelle an dieser empfindlichen Stelle in unserem Leben dass wir noch Beherrscher und Bestimmer sind so das was Christus offenbaren möchte ist deutlich der Zorn gegenüber deinem Bruder beweist dass der Geist des Bösen in dir noch herrscht und deshalb bist du des Gesetzes schuldig dass du sprichst und solange dieser Geist herrscht in dir des Beherrschens eines anderen Wesens zum Guten nicht zum Bösen wir wollen wir sind nicht versucht das Gute zu die Menschen dazu zu bringen das Böse zu tun wir sind versucht die Menschen dazu zu bringen das Gute zu tun Jesus war nie versucht dass er eine Lüge sagt oder dass er böse eine böse Tat über oder überhaupt denkt über einen Menschen aber er war Versuch und das genauso wie wir das Gute dem anderen aufzuzwingen das Gute mit Gewalt zu wollen weil es ist doch gut ich sehe doch der andere rennt in seinen eigenen Ruin Sollte ich ihn nicht aufhalten welche Möglichkeiten habe ich und dann kommt der Zorn und ich will aufhalten und weiß nicht dass dann wenn ich den anderen aufhalten will in seinen Ruin zu rennen ich selber in den Ruin renne weil ich benutze eine Methode die in meinem Herzen beweist dass ich immer noch den Geist des Bösen nämlich ein Herrscher bin über andere und ins Himmelreich kommt keiner der einen anderen beherrschen will weil es gibt keine Beherrschung im Himmel da macht jeder freiwillig das Gute ohne dass es Gewalt gibt keiner wird in Himmel genommen der die Lektion nicht lernt hier auf Erden gewaltfrei zu sein gegenüber seinem Nächsten das heißt er verzichtet auf Gewalt auch wenn er den anderen das böse tun sieht er verzichtet auf Anschuldigungen auch wenn der andere ihm eine Ohrfeige gibt er verzichtet er lässt dem anderen alles zu weil er verstanden hat im Reich des Himmels Gott keinen zwingt das Gute zu tun Gott gibt das Recht einem jeden Menschen das Böse zu tun dieses Recht hat Christus uns deutlich offenbart er hat uns deutlich gemacht dass er nicht gekommen ist um Recht und Gerechtigkeit mit Gewalt mit äußeren Maßnahmen herzustellen nein nein er kam um Recht und Gerechtigkeit im Herzen des Menschen einzubauen und Recht und Gerechtigkeit im Herzen des Menschen bedeutet ich handle nach den Vorschriften des göttlichen Gesetzes und das wendet keine Gewalt über den Nächsten an völlig gewaltfrei so muss jeder Mensch mit dem Übel umgehen keine Anschuldigung der Herr strafe dich waren die Worte Christi wir haben kein Recht irgendjemanden anzuschuldigen nun wir können es tun aber damit beweisen wir dass das Gesetz Gottes an dieser Stelle in unserem Herzen noch nicht geschrieben ist dass wir an der Stelle noch von dem Gesetz der Sünde leben und danach handeln menschlich gesehen kann keiner gewaltfrei gegenüber seinem Nächsten sein außer er hat den Geist Gottes der ihm das Gesetz nicht nur reinschreibt sondern ihm die Kraft verleiht es auch zu tun warum ist es so schwierig dass wir mit dem Bruder nicht zürnen warum ist es menschlich unmöglich unter unseren Umständen dass wir nicht zornig werden über unseren Nächsten es steht hier dieser Zusatz in manchen Übersetzungen ohne Grund nun das könnte so manchem die Freiheit geben dass er sagt naja ich darf zürnen wenn ich einen Grund habe und keiner zürnt ohne Grund was ist letztendlich das was praktisch zählt wir haben doch immer einen Grund warum wir zürnen wir haben immer einen Grund warum wir erklären können warum wir zornig geworden sind über den Nächsten und wir mögen auch Recht haben in unserem Grund was heißt ohne Recht ohne Grund als uns Gott geschaffen hat hat er in unserem Geist feste Dinge eingebaut die uns das Übel zeigen das heißt wir sind in unserem Geist alle sensibel für das Schlechte keiner mag Ungerechtigkeit wenn sie angefügt wird keiner mag Lüge wenn er betrogen wird keiner mag das weil Gott uns so gemacht hat wir alle gehen gegen Beherrschung vor ob wir ein kleines Kind sind oder ein erwachsener Mensch wir sträuben uns alle dagegen und werden zornig über den der uns beherrschen wird und sagen gib mir doch die Freiheit lass mich los aber dabei zeige ich dass ich genauso bin wie der andere so Gott hat uns gemacht dass wir in unserem Geist eine natürliche ein natürliches ablehnen haben gegen Lüge Ungerechtigkeit und so weiter Gewalt und nicht Freiheit und das ist richtig so allein wir müssen fähig sein uns nur zu ärgern über die Tat aber nicht über den Menschen nicht über den der sie tut so es ist richtig dass wir sagen ich kann es nicht ansehen dass jemand mich anlügt das ist natürlich dass ich die Lüge beim Anderen erkenne und sagt das ist nicht richtig aber jetzt kommt die Haltung denke ich dass ich den Schaden habe durch die Lüge dann muss ich zornig werden gegenüber dem Anderen denke ich aber dass der der gelogen hat den Schaden hat dann kann ich mich über die Lüge ärgen aber über die Person nicht weil der auf die erbarme ich mich ihrer weil sie betrogen ist von der Sünde so das ist der große Unterschied dass ich des Menschen der stolz und Egoismus sieht die Tat des Anderen auf sich bezogen und muss sich dagegen wehren der liebevolle in dessen Herz das Gesetz geschrieben ist und der Heilige Geist wohnt der sieht die Lüge des Anderen dass sie ihm nicht zugerichtet ist sondern sieht dass der der mich belügt letztendlich sich den Schaden tut der der mir eine Ohrfeige gibt Ohrfeigt sich selbst der der mir den Mantel nimmt der tut sich selbst einen Schaden der der mich zwingt eine Meile zu gehen der tut sich selbst den Schaden der den Zwang ausübt ich kann verzichten ich kann auf ich kann zwei Meilen gehen weil ich bin ohne Zwang ich kann auch den Rock geben weil ich brauche er nicht wirklich er ist nicht mein ich kann auch die andere Wange hinhalten weil ich weiß der Schaden ist nicht mein er ist des anderen damit beweise ich eine Gerechtigkeit die menschlich nicht möglich ist der ist nur menschlich möglich durch das Innewohnen des Geistes Gottes im Herzen so lasst uns die zwei Dinge nicht verwechseln wir dürfen zornig sein es gibt einen begründeten Zorn gegenüber der Sünde gegenüber der Tat gegenüber dem Elend das es gibt auf dieser Welt gegenüber der Blindheit der Menschheit es muss uns stören wenn wir sehen wie schlimm das heute zugeht das ist Gott gewollt aber es darf uns nicht stören dass wir denken das was die anderen tun tun sie uns an es darf uns nicht stören dass wir den Menschen der das böse tut beschuldigen und anklagen dann haben wir eine menschlich mögliche Sicht und nicht eine göttliche Sicht die nur durch Gottes Geist möglich ist wir dürfen zornig sein über die Tat aber wir dürfen nie zornig sein über die Person die die Tat tut das das der große Unterschied den kann kein Mensch tun es sei denn der Geist Gottes wohnt in ihm deshalb so eure Gerechtigkeit nicht mehr ist als die Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten ist unsere Gerechtigkeit nicht mehr wie das was menschlich möglich ist ist es keine Gerechtigkeit Gottes dann ist es eine eigene dann ist es eine menschlich mögliche und diese menschlich mögliche wird uns nicht weit bringen sie wird uns nicht aus dieser Welt in das Himmelreich Gottes hineinführen deshalb kommt Christus und erklärt uns durch sein Leben wie der Mensch gerecht leben soll wir haben noch die anderen Beispiele in der Lektion die auf dieselbe Situation hinaus gehen wir haben das Bild des Mannes Jesus spricht zu seinen Jüngern die sind alle männlich in denen er sagt wer eine Frau anschaut und ihre begehrt der hat mit ihr die Ehe schon gebrochen das Prinzip der Treue zeigt sich nicht in indem man äußerlich die Ehe nicht bricht sondern das Prinzip der Treue zeigt sich ob ich in meinem Herzen begehre oder nicht so Jesus möchte zeigen ein Mensch kann äußerlich die Ehe nicht brechen er mag körperlich nie mit einer anderen Frau einen Intimkontakt haben er mag das alles vermeiden können das ist menschlich möglich aber ich möchte behaupten dass für einen normalen Mann es menschlich nicht unmöglich ist ein Menschen nicht möglich ist eine Frau die seinem Instinkt entspricht nicht anzusehen und ihre nicht zu begehren dafür braucht es den Geist Gottes im Herzen ohne diesen Geist Gottes im Herzen ist es keinem ich sag jetzt mal normalen Mann möglich eine Frau anzuschauen die seinen Maßen genaustens entspricht die seine Lust herausfordert in seinem Herzen zu widerstehen und hier möchte ich ein kleines Prinzip aufzeigen Versuchung und Anfechtung ist noch nicht Sünde dass eine Frau mich mir attraktiv erscheint ist noch keine Sünde der Jakobus beschreibt das in seinem Jakobus Brief sehr schön wie der Prozess der Sünde stattfindet Jakobus Kapitel 1 Vers 13 weiter niemand sage wenn er versucht wird ich werde von Gott versucht denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand sondern jeder einzelne wird versucht wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird so ich sehe die Frau sie reizt mich und meine Begierde mein Instinkt sieht sie anziehend und man wird gelockt danach wenn die Begierde empfangen hat das heißt gebiert sie die Sünde die Sünde aber wenn sie vollendet ist gebiert den Tod so er versucht einen einen eine Abfolge der in Sünde fallen zu zeigen so die Begierde muss empfangen das heißt es muss irgendwo ein Kontakt darstellen zwischen der Begierde und meiner Entscheidung dass ich ein Appetit habe dass ich etwas begehre dass etwas begehrenswert aussieht ist die Versuchung es ist noch nicht Sünde nur wenn sie empfängt das heißt wenn ich mich entscheide diesem Gedanken nachzugeben wenn mein Geist sich unterstellt der Begierde wenn sie empfängt dann gebiert das die Sünde die das Empfängnis ist die Sünde im Herzen das geboren werden der Sünde ist dann wenn ich sie nach außen auch tue aber Jesus erklärt mir dass schon das Empfangen das heißt wenn ich dem Begehren statt gebe in meinem Herzen ich schon das Gesetz gebrochen habe ich habe das Prinzip der Treue schon gebrochen wenn ich ein verheirateter Mann bin und wenn ich eine Frau sehe die verheiratet ist und sie zieht mich an und ich lasse diese Anziehung in meinem Herzen empfangen ich entscheide mich länger zu gucken ich entscheide mich darüber nach zu denken wie diese Frau ist dann habe ich schon die Sünde in meinem Herzen getan und dann kommt sie irgendwann mal auch tatsächlich in der Tat heraus in diesem Buch wo ich vorher gelesen habe ein paar Seiten weiter sagt Ellen White so Jesus sagt dass da wo der Gedanke an Böses genährt und gepflegt wird wie geheim er auch geschehen mag noch die Sünde im Herzen herrscht das heißt das heißt dass ich innerlich nicht nur von der Begierde gereizt bin das ist nicht die Sünde sondern ich empfange sie das heißt ich nähre und pflege den Gedanken ich nähre und pflege ihn wie geheim es auch geschehen mag nur in dir keiner weiß es keiner sieht es noch die Sünde im Herzen herrscht die Seele ist noch in der Bitterkeit der Feindschaft und in den Banden der Bosheit derjenige welcher gefallen hat an Szenen der Unreinheit welche gegen sündhafte Gedanken und lüsterne Blicke nachsichtig ist viele denken dass es keinen Kampf gibt in einem Mann wenn er bekehrt ist und er eine hübsche Frau sieht vor meiner Bekehrung hatte ich keine Wahl ich musste sie begehren ich musste hinterher schauen ich musste nachdenken über sie und sie abmessen und all diese Dinge tun in meinem Herzen er hatte keine Macht dem Ganzen zu widerstehen nach der Begehrung hat mir Gott durch das Innewohnen des Heiligen Geistes im Herzen die Kraft gegeben bin aber das heißt nicht dass ich nicht kämpfen muss wenn eine Frau da ist die meinen Reiten meinem Appetit wenn ich so will meinem Instinkt genauestens entspricht das heißt nicht dass ich frei bin und sage ja sie zieht mich gar nicht an ich bin außerhalb jeder Gefahr nein das wäre unnatürlich ich habe Gott gebeten weil ich ja mit vielen Patientinnen sprechen muss und in einem Gespräch wo man über das Leben spricht kommt man dem Anderen sehr nahe man lernt ihn von innen kennen das alles birgt Gefahren zwischen Mann und Frau das ist nicht etwas was man mit Nachsicht angehen soll oder mit Unvorsichtigkeit da ist da lauert die Sünde vor deinem Herzen wie Gott sie dem Kein sagt du aber herrsche über sie das ist die Aufgabe die wir haben und das können wir nur durch den Heiligen Geist tun der der sagt naja ich kann mich ja Appetit holen von außen aber gegessen wird zu Hause das sind so Worte die nicht erklären dass die Sünde im Herzen geschieht jeder der nachsichtig ist jeder der welche gegen sündhafte Gedanken und lüsterne Blicke nachsichtig ist das ist bei jedem Film passiert das jeder der sich Filme anschaut der fällt in diese Sache hinein weil in den Filmen wird genau das gezeigt und jeder der dann gefallen hat an diesen Szenen es müssen ja nicht wie soll ich sagen nackte Szenen sein es sind nur genauestens Blicke und Dinge die unser Fleisch unseren Instinkten sprechen und wer diese Dinge hegt derjenige welche gefallen hat an Szenen der Unreinheit welche gegen sündhafte Gedanken und lüsterne Blicke nachsichtig ist kann in der offenkundigen Sünde mit ihrer Last und Schande Last der Schande und Herz zerbrechen und Kummer die wahre Natur des Bösen erblicken das in dem Inneren seiner Seele verborgen liegt das heißt ein Mensch kann diese Dinge tun innerlich und kann Abscheu empfinden dass jemand das äußerlich tut aber letztendlich weiß er nicht dass er im Verborgenen genau dasselbe tut so es ist ein Kampf auch im Leben dort wo der Geist in unseren Herzen liegt ich kann mit einer Frau nicht so sprechen wie mit einem Mann ich habe Gott gebetet habe gesagt Herr hilf mir dass ich gegenüber einem Mann genau dieselbe gegen eine Frau genauso rede wie mit einem Mann wisst ihr der Unterschied in einem männlichen Gespräch mit einem Mann ist dass ich den Mann nicht als Futterstelle sehe er ist für mich sexuell nicht attraktiv er entspricht nicht meinem Appetit ich will nichts von ihm weil er mich nicht anzieht so aber wenn eine Frau da ist mit der ich spreche dann ist das etwas anders weil sie und so hat uns Gott gemacht dass eine Frau wir ansehen sie ist ein möglicher wenn man so will Appetit happen was ich in einem Mann nicht sehe so kann mir Gott nicht erfüllen das Gebet dass ich mit einer Frau so spreche wie mit einem Mann deshalb kann zwischen einem Mann und einer Frau nicht wirklich eine freundschaftliche Beziehung sein ohne dass die Sexualität auch wenn sie nicht ausgeübt ist angesprochen wird wenn es natürlich der dem Instinkten spricht weil nicht jede Frau ist für mich attraktiv nicht jede Frau ist ein möglicher Happen aber es gibt viele die sein können deshalb brauche ich eine Fähigkeit in meinem Innersten treu zu sein ich muss den Gedanken der der Lust der lüsternen Blick die muss ich von mir weg tun schaue ich mir die Werbung an wenn sie auf meinem Computer kommt oder gucke ich mir irgendein gucke ich das genau an oder schließe ich das sofort weg wo ich sehe dass es ein eine Anfechtung sein könnte ein Verführen sein könnte in die falsche Richtung was tue ich es ist so wichtig dass wir verstehen dass ohne den Geist Gottes wir der Sünde in der Realität in unserem Herzen und zwar nicht zu einem schlechten hat Gott hat nicht Gott uns mit der Mystik ausgestattet doch wir müssen eine Frau anders betrachten wie einen Mann wir sind nicht gemacht dass wir in einem Mann etwas Attraktives finden für unseren Instinkt in unserem Leib das hat Gott nicht so gemacht auch wenn manche meinen wenn heute Mann mit Mann und Frau mit Mau Frau Attraktion finden dass das ein gott gewolltes Sache ist nein das ist eine Veränderung der menschlichen Natur aufgrund der Folge der Sünde es ist eine Sache des Leibes ja aber kann mein Geist nicht darüber durch Gottes Gnade bestimmen und es ändern doch es ist möglich so wie ein Appetit möglich ist ist auch das möglich dass ich nicht zum Gleichgeschlecht auch wenn ich diese Neigung angeboren hätte gehen müsste weil ich habe auch die Neigung in mir als Mann könnte ich 100 Frauen 1000 Frauen haben ist nicht etwas unmögliches das ist meine Neigung aber sie ist eine sündige Neigung sie ist nicht richtig deshalb muss ich in meinem Geist in meinem Herzen ein Gesetz der Treue geschrieben haben wo ich weiß Gott hat mich für eine Frau gemacht solange ich lebe und solange sie lebt und nicht für mehrere aber meine Neigung ist für mehrere was tue ich jetzt lasse ich meine Neigung freien Lauf gehe ich in sie hinein und übe es aus oder nehme ich Gottes Geist und so wie ich gegen den Zorn kämpfe kämpfe ich auch gegen die Begierde nach einer Frau es ist ein Kampf meine Lieben und jeder der es verneint der den kann ich nicht nachvollziehen obwohl ich mit Gott gehe seit mehr als elf Jahren seit knapp elf Jahren nach meiner Wiederbekehrung und Gott mich von allen meinen Süchten befreit hat so muss ich schauen dass ich nicht nachsichtig bin dass ich nicht erlaube meinem Geist in eine Richtung zu denken Entscheidungen der Begierde zu übernehmen dass sie mich begehren habe ich verstanden ist nicht Sünde das ist nicht die vollbrachte Tat in meinem Herzen sondern dass ich dem Gedanken nachsichtig bin dass ich ihn hege und pflege dass ich eine Entscheidung innerlich treffe in diese Richtung das ist die Sünde und sie wird später auch in die äußerliche Tat umgesetzt werden unweigerlich wenn die Möglichkeit kommt deshalb möchte ich beenden hier mit einem letzten Zitat die Versuchungen die Versuchung durch die jemand in die traurige Sünde fällt erzeugt erzeugt nicht erst das Böse das sie offenbart sondern bringt nur ans Licht was längst verborgen und geheim im Herzen war ob das jetzt die Sexualsünde ist der Zorn die die nicht Fähigkeit den Feind zu lieben ist völlig egal es ist nicht etwas Neues es offenbart nur was wirklich im Herzen ist die Versuchung durch die jemand in die traurige Sünde fällt erzeugt nicht erst das Böse das sie offenbart sondern bringt nur ans Licht was längst verborgen und geheim im Herzen war deshalb sagt der Psalm der Psalm der der Sprücheschreiber der Salomo behüte dein Herz mit allem Fleiß denn daraus geht das Leben denn es geht nicht wie ein Mensch sieht ein Mensch sieht was vor Augen ist der Herr aber sieht das Herze an ihr seht so eine Lektion die versucht das Gesetz in der Bergpredigt zu erklären in einer kurzen Stunde abzuhaken ist nicht wirklich möglich damit man das praktisch tut aber ich hoffe dass wir einen kleinen Einblick bekommen haben und im Laufe der nächsten Lektionen wir immer tiefer hineingehen wenn wir in der nächsten Woche über den Sabbat sprechen dann werden wir sehen wie viele Dinge wir auch über den Sabbat falsch verstanden haben und wie auch der Sabbat nach außen gehalten werden kann während im Herzen das Gesetz des Sabbats noch gänzlich fehlt so möge Gott uns helfen alle Dinge klar und deutlich in unseren Geist hineinzuschreiben zu lassen und mitzuwirken bei dem Hineinschreiben dass wir Grundsatz nach Grundsatz lernen und durch die Kraft des Geistes ein Leben leben das nicht menschlich möglich ist sondern nur bestätigt möglich ist durch das Innewohnen der Gnade Gottes im Herzen das ist das Leben und die Gerechtigkeit eines Jüngers Jesu sie ist keine menschlich mögliche sie ist nur eine gottmögliche im Leben eines Menschen deshalb brauchen wir den Geist Gottes deshalb brauchen wir die göttliche Natur wie der Petrus schreibt wir brauchen eine Kraft in uns in unserem Geist ihr wisst ja dass der Geist Gottes nicht in unserem Körper wohnt er wohnt in unserem Geist er arbeitet mit unserem Geist zusammen und unser Geist er arbeitet mit Gottes Geist zusammen unsere Nerven können nicht mit dem Geist Gottes zusammenwirken es ist unser Geist und Gottes Geist und das wirkt sich natürlich auf auf den ganzen Körper weil der Geist den Körper steuert aber wir sind in Verbindung mit Gott durch unseren Geist so weil der Körper weiß ja nicht wir sollen mit Gottes Geist kommunizieren so wir kommunizieren auf einer Verstandesebene mit Gottes wir kommunizieren in einer geistigen Art und Weise und er muss uns in dieser Zusammenarbeit eine Fähigkeit verleihen die menschlich nicht möglich ist aus dem Menschen selbst heraus ich möchte eine Gerechtigkeit in meinem Leben leben die ich nicht fähig bin von mir aus zu tun und der Standard in der Bergpredigt zeigt ihn willst du in Himmel kommen dann können deine Werke das nie schaffen egal wie sie sind Werksgerechtigkeit gibt es nicht weil kein Mensch kann kann das Maß das erwartet ist vom Gottes Gesetz in seinem gefallenen Zustand ohne Gnade bitteschön nicht vergessen erfüllen mit Gnade ja das ist der Sinn der Gnade dass die Gnade mich als gefallenen sündigen Menschen fähig macht das zu tun was ich von mir aus nicht kann eine Gerechtigkeit beweisen die mehr ist als menschlich möglich nur die kommen in Himmel die diese Gerechtigkeit nicht nur angenommen haben für die Vergangenheit sondern die diese Gerechtigkeit fähig sind zu leben und zu beweisen das ist der Weg eines Christen diesen Weg möchte ich gehen koste es was es wolle ich möchte eines Tages ein reines Herz haben nichts ist mir sehnsüchtiger wie das ein reines gewaltfreies treues edles von göttlichem Charakter gefüllten Herzen völlig selbstlos das erscheint mir das kostbarste was was ich hier im Leben erreichen kann das möchte ich möchtest du sagen wenn du es möchtest dann lass uns zu Gott nahen und mit allen unseren möglichen Kräften nach ihm nicht nur beten nach dem Geist Gottes sondern ihn auch bitten mir zu erklären was ich tun soll und mir die Kraft zu geben im Alltag wenn ich versucht bin von einer Frau wenn ich versucht bin von einem Menschen der mich zürnt wenn ich versucht bin von dem Verkehr wenn ich von irgendwo versucht bin zu sündigen dass ich dann die Gnade habe nicht zu fallen Herr schenke uns dieses Amen